Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Minecraft Modpack. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. In der letzten Folge haben wir, ach komm echt jetzt, haben wir uns an die Nanoseat-Rüstung gewagt. Zumindest haben wir die Materialien gesammelt, Carbon-Platten hergestellt, noch mehr Carbon-Platten hergestellt, gecrushed, sehr viel gecrushed. Ich habe noch ein paar Stacks zum Crushen. Nein, Stacks. Die macht man dann so zusammen und die wiederum nur so. Die muss man dann hier in den Kompressor kompressieren und dann läuft das Ganze auch. Das Problem ist, die brauchen 16 Dias. Wie ihr seht, ich habe nicht mal ansatzweise 16 Dias. Was ist hier noch drin? Nix. Perfekt. Kann ich erstmal ein bisschen Eisen da reinschmeißen. Ich mache mal zwei, weil ich nicht genau weiß, wie viel ich genau brauche. Ich probiere es mal mit einem. Oh. Oh, ich brauche die zwei sogar wirklich. Und ich brauche Gold. Nein, ich brauche nicht beide, ich brauche nur einen. Und ich brauche Gold da drin. Mal sehen, was als erstes leer ist. So. Das Eisen ist als erstes durch. Macht ja nichts. Weil ich habe vergessen. Ich stelle mir gerade die Frage, warum ich überhaupt jetzt das Eisen... Ach, ich brauche zwei Gold. Oh, ist das nervig. Das war jetzt Genius. Das war jetzt wirklich Genius, ey. Weil eigentlich bräuchte ich doch nicht mal... Wo habe ich denn jetzt den Eisen... Was ist das Eisen? Achso. Geschmolzen. Schon fast geschmolzen. Eigentlich brauche ich doch gar kein Eisen. Geschmolzen. Warum war ich denn jetzt so clever? Also Freunde, das war jetzt wirklich dämlich. Weil jetzt passiert eigentlich exakt das gleiche, was ich gerade eben schon gemacht habe, nur... Dümmer. Ich habe einen Eisenwaren. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt die Eisenblöcke hier drin schmelzen kann. Und dann die Eisenwaren machen kann. Das ist der einzige Unterschied. Das geht definitiv schneller als die herkömmlichen Methoden, die ich bis jetzt hatte. Und ich brauche noch mehr Seedbricks. Da weiß ich auch eine Lösung für. Aber ja, es war... Muss ich so sagen. Es war richtig dumm. So. Carbonplatten. Ich mache mir halt hier die Nanosute-Rüstung. Und für die brauche ich immer ein Energy-Crystal. Und für ein Energy-Crystal brauche ich vier Dias, die ich nicht habe. Deswegen sammle ich jetzt Dias. Der hier soll sich ruhig weiter vollfahren. Vollmachen. Ich probier's mal. Ja, komm her. Naja. War zwar echt umständlich, aber es hat ja geklappt. Zwei Blöcke kann ich jetzt schon hier gerade eine herstellen. Mit den neuen, die ich da drin hatte. Also es geht easy. Wirklich easy. So, jetzt kann ich Steine sogar wirklich viel brauchen. Was habe ich jetzt alles mit reingenommen? Ne, das nicht. Da habe ich auch noch ein paar Steine drin. Na ja. Dann habe ich bei Bedarf immer was. Dann gucke ich jetzt mal, warum auch immer ich die Tool Rod noch da drin habe. Brauche ich nicht. Nicht momentan jedenfalls. Jetzt kann ich ein paar Steine da reinpacken. Und dann geht's erstmal runter in die Höhle. Denn jetzt werden wieder Dias gefarmt. Ich weiß, super spannende Tätigkeit, was ich hier gerade oft mache. Aber es muss halt sein, um richtig gute Sachen zu kriegen. Ich habe mich hier auch durchgegraben. Pum, pum, pum. Ah. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen ändern, ne? Gibt eine Idee. Jetzt komme ich hier wenigstens wieder hoch und runter. Wobei ich hier unten auch schon war. Wenn ich es mir so überlege. Hier nochmal hier runter. Jetzt sind wir mal wieder hier. Wo ich jetzt auch nicht genau weiß, in welche Richtung ich damals bin. Das war's in den letzten Folgen. Hier lang, hier lang. So rum, so rum. Hier habe ich safe. Verbrennen ist jetzt echt nicht schön. Das war das Schlechteste, was jetzt passieren könnte. Ich muss mir hier durchgraben. Den Lavasee entlang. Ich könnte jetzt auch Wasser benutzen, aber dann geht die Helligkeit voller. Und die mag ich gerade eigentlich sehr. Ich mag es eigentlich gut so sehr, wie hell es gerade ist, so. So. Komm her. Fackeln habe ich. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich vielleicht auch Fackeln bräuchte. Ist irgendwas? Ne. Aber hier. Huch. Einmal. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ui. Solche Gravelberge sind halt auch wieder das, was ich echt mag. Der hat sogar einen verzauberten Bogen. Gold. Da sind die. Was ist das? Ach Gravel, ey. Braucht doch kein Schwein. Das Beide Auge braucht auch kein Schwein. Momentan jedenfalls nicht. Das Gold, das brauche ich definitiv. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Stack. Okay. Wenn ich ein Stack Gold habe. Was kann... Erde. Nic... Warum habe ich Nickel dabei? Warum habe ich Nickel Barren dabei? Fragen über Fragen, Freunde. Fragen über Fragen. Was ist da noch mehr? Vielleicht. Gucken wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall schonmal... Minimum 4 Dias. Wobei ich gut davon ausgehe, dass es mehr sind. Ja. Ich habe jetzt schonmal mehr gesehen. Können wir schonmal freilegen. Was man so freilegen kann, um zu gucken, wie viele sind es tatsächlich. Nice. Sieben Stück. Sieben plus. Mal gucken. Es sind sogar acht. Der hat sich versteckt gehabt. Der Mauvau. Wer haben wir denn jetzt? Es reicht. Es reicht genau für die Rüstung. Es reicht genau für die Rüstung. Was ist da? Du explodierst jetzt nicht. Verbiete ich. Strict. Dir auch! Oh! Holy cow, ey. Das kann jetzt noch weg. Von dem, was ich habe. Oder habe ich da abes Platz? Nicht so viel. Nicht genug, würde ich sagen. Weg, Quarz kann weg. Mach mal mal lieber so. Dann habe ich auf jeden Fall genug Platz. Weil ich brauche das halt auch für meine Luck Pickaxe. Und das sieht. Er braucht den Scheiß schon. Weil ich wollte gerade sagen, war hier nicht noch mehr. Jetzt habe ich halt hier fast wieder zwei Stacks. Das ist auch gut. Ich brauche echt viel für Glück Pickaxes. Alleine so ein Glück Pickaxe frisst immens viel Lapis. Muss man sagen. Ist das noch mehr? Ich dachte es mir schon irgendwie. Da ist aber nichts mehr, ne. So. So. Boah. Nicht schon wieder. Verzieh dich. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ja. Macht Sinn. Mal wieder. Da sind noch mehr. Nice. Like. Really like. Ich meine wenn man mal so auf die Minimap guckt. Also auf die Minimap. Da sieht man ja allein schon was da noch alles geben wird. An Höhlensystemen. Ist ja so gesehen noch nichts. Großartig. So. Mach mal mal den Blockstein hier weg. Der gefällt mir irgendwie optisch nicht. Der gefällt mir irgendwie optisch nicht. So. So. Mach mal mal den Blockstein hier weg. Das Redstone kann ich nicht mitnehmen. Das weiß ich. Den Platz habe ich tatsächlich nicht. Und ich mach dafür jetzt auch keinen Platz. Weil Redstone habe ich 4 Stacks noch. Also genug. Eigentlich. Aber die Dias nehme ich mit. Ich meine man kann sagen gerade aus dem 8er Stack Dias die ich gefunden habe. Habe ich ungefähr pro Block 2 rausbekommen. Ganz grob gesagt. Weil ich hatte 2. Ich habe 17 am Ende rausbekommen. Aus einem kam einer. Und aus dem Rest 2. Ziemlich gute Quote. Ja komm weg damit. Ist dafür irgendwann mal gut. Aber jetzt aktuell ist es absolut nicht gut für mich. Das Endgame Material eigentlich. Ja. Ich könnte mir also auch mal ne paar Ding machen. Wow. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist da noch mehr? Ist da noch mehr? Ne ne. Ne. Noch mehr ist da auch nicht. Schade aber die 3 sind schon schlecht. Jetzt bin ich bei 21. Das waren nochmal 4. Aus 3 4. Macht ja. Ist ok. Dann nehme ich mir mal den Rucksack. Schmeiß die hier kurz weg. Nehm die hier. Und mache mir mal ein paar Fackeln. Ja egal. Tuch. Erze ohne Ende. Ich würde aber sagen das reicht erstmal von dem was ich habe. Aua. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Ja. Ich meine ich könnte jetzt noch unter dem Gravelblock hier gucken was da noch so drunter ist. Weil da ist auch oft was drunter. Oder hinter. Da. Also. Oder. Oder. Ja komm, nichts gefunden, macht nichts, probieren kann man es immer. Immer schön links halten, da muss ich jetzt in die Richtung. Gut, weg zurückgefunden. Diesmal jedenfalls. So, ich glaube ich bin hier rum, da rum, okay hier bin ich nicht rum. So, hier ist der Weg, hier geht es aber nicht lang, dann bin ich wo lang? Gang, Gang, ich dachte ich kam von hier oben, da kam ich auch, im Baggage rum. Was ist das denn für ein Scheiß, was habe ich denn hier gemacht? So, und zurück, perfekt. Es ist gerade Nacht, natürlich, was auch sonst. So, 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 und tschüss, Skelett. Kurz schlafen gehen. So, Pulverizer, wie weit bist du? Perfekt. Sehr weit. Ja, dann sieht man, wie viel ich jetzt noch brauche, 360 sind immer noch ziemlich viel. Aber ich habe jetzt erstmal wieder Platz im Inventar, was ich wiederum brauche. Jetzt habe ich, ja, okay, brauche ich genau 16. Mal sehen. . . . . Wie viele Ransdowne habe ich denn noch hier drin? Ich brauche noch vier dieser Crystals. Ja, das frisst halt immens viel Energie. Die ich teilweise nicht produziere, bei vier, fünf laufenden Maschinen gleichzeitig. Na gut, den brauche ich so gut wie nicht mehr tatsächlich, glücklicherweise. Plastik brauche ich im Normalfall auch nicht mehr. Nickel, ich frage mich immer noch warum ich das dabei habe, rein damit. Ein bisschen was verstauen hier. Die ganzen Bücher. Ist noch nicht fertig, ist auch noch nicht fertig, ist auch noch nicht fertig. Wow! 16, das soll... Dann machen wir gleich den nächsten Stack durch. Das dauert halt. 36 wieder. Diese Platten, ey. Ich schwör's euch. Die sind kostenspielig. Oh, mir fällt gerade was zu ein. Ich brauche für den hier noch Lapis und den habe ich gerade alles verbaut. Für die hier. Äh, für... Wo ist er denn? Da. Fällt mir gerade mal so ein. Ich habe gar keinen Lapis mehr. Ups. Oder habe ich spontan noch irgendwo was? Was? Oh. Oh. Gott. Das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Ingrid. So viel wie möglich. Wie viel kann ich denn davon machen jetzt? Noch zwei Blöcke. Das war alles. Ich habe jetzt nochmal neun. Das sind nochmal zwei Blöcke. Ich mache in der Zeit schon mal das ganze Eisen hier durch. Äh, das ganze Gold. Den vierten bitte noch. Dankeschön. Dann mache ich schon mal diese erste Paar Schuhe. Nano Boots. Prost. Was kostet mich die Hose? Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Mann sieht auch hier, wie voll jetzt tatsächlich ist. Finde ich auch ziemlich cool. Noch die Hose und jetzt fehlt nur noch der Helm und der Helm. Brauche ich nochmal vier. Ja, das braucht ein bisschen was mehr noch, aber kümmer ich mich doch erstmal um den hier. Alter, wie viele Kabels da auch nicht hat, ne? Rubber brauche ich zuerst. Darf ich auch ein bisschen... Also geht's schon. Rubber, ich habe doch erst vor kurzem richtig viel Rubber gesammelt. Also was ist das vor kurzem? Eigentlich das letzte Mal. Rubber, wo habe ich Rubber? Da sehe ich es nicht drin. Doch, da sehe ich es doch. Zwei Rubber. Reinforced Glass. Ach du Scheiße, okay. Das kostet mich ein bisschen mehr. Illuminator, kostet mich viel Glas. Oh, da brauche ich Lapisplatten. Ich muss nochmal runter in die Mine. Lapis Farm. Wie voll ist die? Ziemlich voll. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und Like da lasst. Abonniert doch den Kanal, um kein Wofi weiteres Video mehr zu verpassen. Also einfach hier sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.